Konnichi! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt's mal wieder einen neuen Vlog. Was auf jeden Fall dieses Jahr noch richtig geiles passiert ist, und das ist leider einfach schon ein Stück her, ist, dass ich eingeladen wurde zu einer Schulung von GoPro. Und ein sehr großer Großteil von YouTubern hat einfach schon mal mit GoPro gearbeitet. Ich selber habe eine Hero 3 Black Plus. Der Name ist ganz schön lang. Und diese begleitet mich schon seit langer Zeit auf meinen Reisen. Wie zum Beispiel schon 2014, 2015 rum hier auf dem Festival. Die hat schon die Meere durchquert, die hat alles Mögliche schon gemacht. Und auf jeden Fall fand ich es dann richtig geil, dass GoPro uns eingeladen hat. Für die, die es nicht wissen, ich verdiene natürlich noch nicht so viel mit YouTube, dass ich davon leben könnte. Also habe ich natürlich auch noch einen Job. Dieser Laden hat übrigens ermöglicht, dass wir auf diese Schulung können. Vielen Dank nochmal an euch. Und so habe ich morgens alle eingesammelt, und wir sind direkt nach Leipzig gedüst. Das waren so, bibabbo, knappe zwei Stunden. Wir sind wieder unterwegs in Richtung Leipzig. ganz nah bei Leipzig. Mit dabei ist der Kameradenmann Philipp. Grüß dich. Und der Kev. Und ich habe so viele Kevs irgendwie auf dem Kanal. Wir sind eingeladen bei GoPro auf einer Schulung und machen einmal Wasserrifting. Oder ist das Wasserrifting, Waterrifting? Produkttraining, Workshop und Wildwasserrafting. Rafting. Ja, und wenn es dann klappt und ich die ganzen Aufnahmen bekommen, oder zumindest eine von den GoPros, dann schnipple ich dieses Video zusammen. Deswegen steht es noch auf einem, ja, mein ungeschriebener Blatt, ob dieser Video kommt. Ja, ich bin gespannt, was das ist. Und es wird verdammt kalt. Jetzt haben wir 13 Grad. Ich bin gespannt. Als wir angekommen sind, sind wir direkt in ein Hotel und haben erstmal neuen Input bekommen über die Hero Session 6. Nein, das ist kein Product Placement hier. Und das war schon richtig geil. Wir waren schon richtig angefixt und dann ging es auch in die Praxis über. Denn wir sind dort in einer Wasserrafting Anlage gewesen. Diese wurde extra für uns nochmal in Gang genommen und das war schon richtig heavy und es war verdammt kalt draußen. Es war echt verdammt kalt. Es hat sich aber richtig gebockt und wir sind erst mit einer Pumpe, da gab es irgendwie drei verschiedene Schwierigkeitsstufen, das waren Pumpen. Erst mit der ersten Pumpe runter gedüst, das war schon richtig heavy. Dann mit der zweiten, die dritte war nicht dabei, aber mit der zweiten war es schon so heftig. Also das konnte man nicht mal mit der Türkei vergleichen, wo ich ja dieses Jahr auch schon mal war. Alles in allem war das Event richtig geil und hier sind nochmal ein paar Aufnahmen vom Rathting selber. Ein triangular Poli Pumpe Musik Alle rückkehrt! Und da muss man mal sagen, das sind richtig geile Schulungen, da lässt sich GoPro wirklich nicht lumpen. Wo kannst du eine Action-Can natürlich am besten benutzen? Ja, in der Action. Wir haben dann dieses Wasser-Rafting bekommen und andere eben andere Aktivitäten und ich fand das mega nice. Und deswegen von mir ein Subway, denn ich fand es mega nice und deswegen bitte gern wieder sowas. Hi Leute, ich habe jetzt gerade eben noch das Video aufgenommen und jetzt gerade geschnitten und so weiter. Also ich hoffe, ich kann es jetzt schneiden, weil bei mir ist jetzt komplett der Rechner angestürzt. Ich musste ihn komplett zurücksetzen, weil das wieder nicht mehr ging und jetzt muss ich alles wieder runterladen. Und ich hoffe, dass einige Projekte auch wieder da sind und so weiter. Und jetzt muss ich alles nochmal machen und schneiden. Aber egal, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und liked das Ganze natürlich. Und über ein Kombi freue ich mich ganz doll. Ciao!